Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Dies ist meine zweite Anfangsaufnahme hier, weil ich das Mikro oben hatte. So, der gute Asari hat mir folgendes geschrieben, was jetzt hier... Die Reihenfolge nach Kalthafen wäre als nächstes Vodka. Wir haben Vodka. Dann wäre... Was kommt als nächstes? Uhrwerke? Moro Wine, Summersand oder Summersand? L2er Skyrim. Vodka. Vodka. Wir haben Vodka. Die Sache ist jetzt folgende. Wir haben jetzt hier L2er angefangen. Wir hätten aber jetzt Vodka hier. Ja, ne? Ja. Dann ist auch, glaube ich, noch irgendwas... Karkstein. Gebietserzählung. Karkstein. Ich sehe ja... Wir sind ja hier bei... Die Wut der Drachen. Was ist, wenn wir jetzt hier... Das Vodka weitermachen? Hat jetzt Ena irgendwas dagegen, wenn wir jetzt weggehen von L2er? Macht das Sinn, jetzt hier wegzugehen und die Aufgabe einfach mal... Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde jetzt, Ena, schon... Das wäre jetzt hier, wie gesagt, das nächste... Orsinium DLC, wartet ihr wohl gewesen? Ja. Und dann war noch irgendwas hier... Dunkle Anker? Ne, Komplizen? Irgendwas mit Diebe? Und dann, äh... Stimmen im Dunkeln. Dark Brotherhood. Die ist Dunkle Bruderschaft. Das wäre auch noch was. Wir haben also hier noch Dinge. Schatten-Fan. Warte mal, das wieder ist. Gut, ich würde sagen, wir werden mit Vodka weitermachen und werden diesen DLC... Orsinium... Oh, was? Orsinium? Genau. So, und dann hat er noch geschrieben... Uhrwerke, Clockwork Tower oder sowas, ne? Ist das... Wenn ich jetzt hier aufmache... Shop... Hier haben wir DLC... Hier haben wir DLC... Hier ist Clockwork... City... Das haben wir nicht. Das klingt doch so ein bisschen nach... Hier, Dark Brotherhood war noch und dann noch hier... Was waren das andere gewesen? Summersend hier... Thieves Guild... Guild... Und... Summerset... Summerset... Ist das Summersend? Summersend? Ja... Summersend... Summersend... Moro-Weind habe ich glaube ich ja auch nicht. Oder? Wo ist denn der Quatsch hier? Moro-Weind... Ne, war nur... Hä? Achso, da war ich ja schon drauf. Das habe ich nicht. Die Insel... Wadenfell... Und helft den Dunkelöfen dabei, ein Meteor davon abzuhalten, auf die Stadt wie weg herabzufallen. Wir können ja mal gucken... Imperial City war auch irgendwie was... Das wäre als nächstes, glaube ich, dran gewesen. Möchte ich sagen, nach dem Basisspiel oder während des Basisspiels. Keine Ahnung. Gut. Haben wir hier einen Wegpunkt da hinten? Das ist ein Wegpunkt. Wenn wir mal jetzt schnell zu dem Wegpunkt gehen und dann ab nach Wodka. Ich muss auch sagen, ich bin darüber nicht enttäuscht. Ich bin kein Freund von Elsewire hier. Ich mag diese... Das ist komisch. Bei Assassin's Creed Origins... Musste ich mich immer zu zwingen zu spielen. Wenn ich drin war, fand ich auch geil, aber ich mochte diese Wüste nicht. Hier auch diese... Finde ich auch richtig... Bäh. Aber bei Star Wars... Finde ich... Tatooine geil. Frag mich, warum. Wo war ein Wodka? Das war hier... Malabotor... Die Goldküste... Wo müssen wir jetzt hin? Hier... Ich war hier oben irgendwo, ne? Ja, ja. Ist hier Wodka? Ja, hier ist Wodka. Dann werden wir erstmal hier hin, ne? Das ist ja auch die Einzelwobe hin müssen. Händler-Tor. Gut, Freunde. Wodka. Reich der Orks. Heimat der Orks. Wir waren hier schon mal gewesen. Ich weiß, dass ich das mal irgendwann mal angenommen hatte und dann sind wir hier auch irgendwie hingekommen. So, das ist ja unsere Aufgabe, ne? Ja, das ist doch... Die Lande, die fallen mir schon viel besser. Wir haben hier, glaube ich, schon mal einen Abstecher gemacht und haben auch... Was ist denn das hier? Kann ich das hier mitnehmen? Sieht beeindruckend aus. Freunde! Tiefer. Oh, oh, ja, oh, ja, oh, okay. Was ist denn hier? Ne, halt hier, hacken. Sind hier eigentlich... Oh. Entschuldigung. Sind hier eigentlich auch Bücher? Oder waren diese ganzen blau... Ne, ne, hier sind auch noch Bücher. Zweier, sehe ich hier. Okay. Halte den Kopf unten und spreche leise. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wovor habt ihr solche Angst? Harpyien! Am anderen Ufer. Könnt ihr sie nicht sehen? Sie kamen aus dem Himmel herab. Diese gefiederten Monster. Sie haben sich die arme Jaeluri geschnappt. Ich glaube, sie haben sie in diese Felsen davongetragen. Ich würde ihnen ja nachsetzen. Doch was kann ich schon gegen so viele Harpyien ausrichten? Äh, Namadin hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Namadin. Ihr müsst mal gucken. Ich hab gerade nicht keinen Überblick. Warte mal. Hab ich hier irgendwo einen Überblick, wo Vodka war? Seht ihr das auf meinem Kanal? Wunder mal, wenn ich jetzt hier YouTube durchsache. Vodka. Wie schreibt man das? Ich mach erstmal hier weiter. Viel Glück und freie Straßen. Ich dachte, Namadin wäre durch den Sturz getötet oder von diesen gefiederten Ungeheuern geholt worden. Falls ihr es denn schafft, den Fluss zu überqueren, so rettet Jaeluri und bringt unsere Dokumente in Sicherheit. Dann stehen wir auf immer in eurer Schuld. Also, ich bin schon mal in Vodka. Aber ich sehe hier nichts. Ah, ich heiße Touchscreen. Die Geheimnisse von Trümmerhain. Ja, mir wird ein bisschen was an die Zeit von mir, aber nicht Vodka. Na gut. Äh, was für Dokumente. Jaeluri trug den Gewerbeschein bei sich, der es uns gestattet, einen Buchladen in Orsinium zu eröffnen. Ohne diese Dokumente wäre all unsere lange und harte Arbeit völlig umsonst. Ich werde Jaeluri finden, eure Dokumente bergen und euch auf der Straße nach Orsinium treffen. So, jetzt sollen wir da... Das ist unten, ne? Hä? Höher? Heißt halt, wir müssen jetzt hier oben lang? Nee. Ja, wir können jetzt, sag ich mal, von hier hinten... diese vier sr so müssen wir die ist das hier die straße ist ja die straße nach nirgendwo lassen wir jetzt mal da liegen gut ich bin gespannt das ist ja jetzt alles hier neu für mich weil ja l2 hatte ich ja schon mal mit einem eigenständigen charakter durch aber ich muss sagen bin da irgendwie so ein bisschen bisschen hin und hergerissen und diese sache angeht weil ich bin der meinung diese ganze dlc politik die sie hier haben ja ich sehe nicht man man müsste wenn man dann kann man sich das aussuchen wenn man einen neuen charakter stellt wird man wo man anfangen möchte im prinzip prinzip habe ich ja immer wenn die leute hat und jetzt rauskommen oder die lc rauskamen habe ich ja immer höher ach so hierbei die viecher hier war denn habe ich ja immer irgendwie schon angefangen in diesen dlc ok jahre loray ohne die harpen haben die händlerin getötet doch ihr findet in europa ein offiziell aussehendes dokument nehmen das dokument scheint ein osinium gewerbeschein zu sein der seinen besitzer und ihre paar und ihren partner in die erlaubnis erteilt ein geschäft in den neuen stadt zu öffnen auch nee ach da tut mir jetzt aber leid reichen da wieder in einem rucksack tränk aber hier unten ist irgendwas oder meine hier da ist da unten da unten werden wir gleich mitnehmen wenn wir schon mal hier sind nehmen wir natürlich mit wie gesagt ich hoffe ihr seid mir darüber nicht böse dass ich das jetzt hier mitnehme nicole varus hat nicole varas zwinger ich habe endlich arbeit hier in wodka gefunden nicht sonderlich ruhmreich ist aber anständig bezahlt meine vorgesetzte ist eine tierherrin namens nicole varer die du zog aus du zog ausbilderin meine fresse weiter das ist mein name was die ist echt komisch das sage ich dir ein bisschen für im kopf glaube ich aber sie ist verdammt gut im umgang mit tieren ehrlich gesagt glaube ich dass sie tiere lieber mark als leute wie gesagt bezahlung ist anständig aber dass sie erst kein volksfest diese biester sind mit die fiesesten tiere die je gesehen habe hat diese piste sind mit die vier soher du zog sind wie der hund des alten gamet nur doppelt so groß und dreimal so gefährlich erst letztens habe ich gesehen wie einem mann die hand abgebissen wurde zack einfach runter vom arm wie wenn man einen apfel pflückt aber keine angst ich werde besonders vorsichtig sein ich schicke dir bald ein wenig gold behalte gilda im auge und vergiss nicht die hühner zu füttern dein dich liebender bruder philipp philipp philippe so wir gucken mal ne müssen auf jeden fall da oben hin so wie er aussieht die regeln der niklo die regeln von nikol varas zwinger könnt ihr euch selber durchlesen pfeifen verboten die fieschers hier sieht hier voll beeindruckend aus noch mal die regeln dachte wenn andere regeln zusätzliche regeln das ist nicht so hell hier gerade wer das licht an ihm macht aber krasser trolle so was haben wir hier aber ein buch die pfeife neues buch entdeckt in dem rucksack befindet sich eine holz pfeife in die waldtiere geschnitzt sind vielleicht hat dieses pfeifen irgendeine wirkung auf du sox jemand in orsinium könnte interesse an ihr haben wenn sie denn tatsächlich wirkung zeigt ok ok was gut und 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 wir wollen jetzt aber hier nicht rumplänkeln hier 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 sehr gut wunderbar geklappt rucksack ist nicht vorher stelle benutzen will ich nicht so ist hier noch irgendwas drinnen da hinten wir haben die neuen wir haben das ding vergessen oder ist das oben gucken wir mal da hinten doch mal schnell gucken die viecher die acht stimmt ja die heilen sich ja hier so kasse spinnen wie sie runter kommt da ich habe letztens war die lesen da hingeht darum warum spiele den zu schwer machen mit phobien ich habe auch eine spinnenphobie ohne scheiß aber ich kann unterscheiden zwischen den viechern hier und einem vieh wird hier die decke runter krabbelt oder sowas wissen also man kann doch übertreiben muss ich ganz ehrlich sagen das ist genauso wie mit höheren spielen ecke ich kann ich nachvollziehen ich jetzt deswegen jetzt hier kommt doch nicht raus aus dem bildschirm wüsste ist ja was ich meine außerdem tötet doch die viecher hier mit blitzdings und was nicht alles also ich habe mein spaß so gut da wo wir hin wollen also von so was lasse ich mir sicherlich nicht den spiel spiel spaß die hört ja nun mal dazu da kannst du ja gar nicht hier harry potter mit der szene wo die ganzen spinnen kommen gucken oder oder bei herr der ringe wo froh oder eingewickelt wird von diesem riesen vieh da wirst du ja da wirst du ja jeck also sind mir nicht denn schon mehr als phobie das war ein spiel was soll mir passieren ehrlich gesagt muss ich sagen das ist dann so als wenn man nicht unterscheiden kann wird verträgt hier und was falsch ist wissen wo denn wo man immer sagt dann so ja der leute die der meinung sind dass das das leute dann nicht unterscheiden können zwischen zwischen fiktion und realität wissen dann kommen so sachen raus wie irgendwelche morde oder sowas finde ich finde ich ein bisschen zweifelhaft aber gut ich stecke da jetzt nicht drin also wo müssen wir jetzt eigentlich hin hier oder mal wir müssen dahin ja nun mit ihr und finde ich hier hoch so jemand noch ab war ich denke mal dass die aufgabe hier auch dass ich meine folge hoch so nennen in fetzen gucken wir mal entscheidet ja immer so spontan weil die pfeife müssten wir jetzt erst noch abgeben ihr seid gekommen um uns zu treffen wie ihr es versprochen habt ich bin froh euch zu sehen doch es schmerzt mich dass ihr allein seid welche neuigkeiten ihr auch bringen mögt überbringt sie erst namadin zumindest das hat er verdient ihr seid zurückgekehrt trawofja und ich waren auf dem weg nach orsinium aber wir hatten die hoffnung dass ihr uns auf der straße auflesen würdet hattet ihr erfolg habt ihr unser pech in glück verwandeln können ich habe den orsinium gewerbeschein geborgen aber jello jahelo re jahelo re hat es nicht geschafft angesichts der neuigkeiten die ihr bringt wird mir das herz schrecklich schwer und der himmel wird mit einem mal so grau den orsinium gewerbeschein nehme ich aber trotzdem ich weiß nicht ob ich das ohne meine jahelo re schaffe aber ich lasse nicht auch noch ihren traum sterben ich danke euch sehr schön so jetzt sie bestimmt auch jetzt erst mal so ich bedauere den verlust von jahelo re ich kann sie in den augen von namadi nicht ersetzen aber dank euch können unsere geschäfte und unser leben weitergehen wir werden trauern und uns dann auf den weg nach orsinium machen ich hoffe ihr besucht eines tages unseren laden mal gucken ob wir dann nochmal über den weg laufen aber wenn es soweit ist werde ich wahrscheinlich nicht mehr wissen um hatte diät so was sollen wir jetzt machen finde einen käufer in orsinium die pfeife handelsgenehmigung warum nicht hier rum muss ich das jetzt verstehen wir werden wir werden doch die 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 heife wir werden doch die pfeife zurückgeben und dann ist gut jetzt muss ich erst mal gucken wo jetzt nie hoch hier geht's hoch ja hat er sieht voll cool aus hier das ist ein bisschen was von aber hoch hier hä ich komme da runter kommen wir hier irgendwie runter scheißen dreck wie kommen wir denn hier runter wir werden elendig sterben wenn ich hier runterhüpfe da hinten lang war und was hast du die ganze folge gemacht ne eingangs ausgang gesucht sind die eigentlich aufgaben irgendwie ne aber hier würde ich jetzt sagen jetzt runter ja doch doch jetzt kommen wir nach unten und dann kommen wir in dieses dörfchen sehr gut guck mal hier zu der kühe cool oder die fällt mir hier schon alter die fällt mir richtig gut hier die lande die lande hier fallen mir richtig gut ah seid gegrüßt reisende wartet bitte mal kurz ja ich suche nach einer höhle sie sollte schrecklich stinken und um sie herum liegen wahrscheinlich lauter knochen verstreut und so habt ihr so einen ort gesehen was ist so bedeutend an dieser höhle oh einer von der neugierigen sorte das gefällt mir ich suche nach einer nordbestienmeisterin namens nikolvara meinen informanten zufolge besitzt sie eine verzauberte pfeife die jede kreatur in ganz tamriel zähmen kann wunderbar oder anscheinend lebt sie in einem durzockbau hier in der nähe meint ihr diese pfeife hervorragend ich kann es kaum erwarten es an mir auszuprobieren ich äh wir werden reich sein habt ihr es ausprobiert und wie gut hat es funktioniert es ist nur eine normale pfeife nikolvara hat die durzocks mit können und geduld gezähmt die pfeife funken sind ja einwandfrei nö warum soll ich lügen ihr macht witze oder ich habe mein letztes goldstück geopfert um in diese dreifach verlassene einöde zu kommen pah pocken für diese orks und ihre blöden bestien ich schätze ihr habt euren teil so wie es aussieht ich schätze ich muss mir wohl erstmal eine neue gelegenheit suchen tja was willst du machen ja gut freunde der sonne wir werden mal gucken was wir dann hier in der nächsten folge machen ähm hier ist noch ein pferdehändler und dann geht es hier auch irgendwie weiter das ist dann wieder oben müssen wir wieder oben rinnen ach guck mal hier geht auch lang naja gucken wir mal dann würde ich sagen sehen wir mal zu dass wir hier irgendwie weiter kommen so ein bisschen die ländereien hier abklappern ich würde sagen wir werden uns erstmal nach hier unten begeben wir machen wir erstmal hier unten alles fertig und dann hier um diese schönen verschneiten gegenden kümmern wir uns dann im restlichen teil freunde der sonne haltet die ohren steif und ja Toodoloo!